Musik Ja, halli, hallo, liebe Krankenhausfreunde, ich bin's, der Tentje und wir spielen Hospital, Project Hospital, so rum war's, sehr gut, und ja, wie man sieht, haben wir hier eine ganz kleine Praxis eröffnet, vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, weil wir nicht so viel Platz eigentlich hätten verschwenden müssen, Alter, was haben, hä, warum ist denn das so eine Wand geworden von draußen? Hä, wir haben doch hier, hä, hier drin ist die Wand, aber da ist, hä, ich weiß nicht, ob man die bemalen kann, hier gibt's auch Säulen, und Boden kann man auch machen, aber, das ist ja merkwürdig, aber bemalen kann man das Ganze nicht, ne, hm, keine Ahnung, aber, ähm, ja, vielleicht kann man ja so einen schönen Teppich oder sowas reinlegen, Parkettboden ist auch cool, Oh, cool, hier kann man auch voll die krassen Sachen machen Straßenlinien, na gut, sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber so, gibt's hier keinen Teppich, Parkettboden, dunkles Linol, ja, dann machen wir Parkett, oder? Hier, hier, aber jetzt, warte mal, lass doch mal nicht so viel Geld ausgeben, ja, für sinnlose Kack, sondern, was wir jetzt noch brauchen, also gut, warum die Wand so komisch aussieht, kann ich echt nicht sagen, Was wir noch bräuchten, wäre allerdings Personal, weil ohne Personal, wie man sieht, äh, Räume sind jetzt da, aber uns fehlt Personal, ein Arzt, Pfleger und eine Krankentrage, ich wüsste gar nicht, dass wir sowas brauchen, und ich weiß noch nicht einmal, wo ich sowas kaufen kann, wahrscheinlich hier dann irgendwo, hm, hier, eine Kranken, Krankenhausbett, Operationstisch, modernes Krankenhausding, Ich gehe mal davon aus, dass die das da mit meinen, ich weiß gar nicht, wo soll ich das verstecken, ich verstecke das einfach hier um die Ecke, Und die müssen an beide Seiten rankommen, Hey, das ist aber, das ist eher ein Bett, ne, das ist doch keine Trage, Äh, oh Gott, Man kann sich das vielleicht hier finden, ach, hier haben wir eine, und die können wir bestimmt hier um die Ecke versetzen, so, und stehen die einfach da, Okay, dann haben wir wenigstens schon mal das, und was wir jetzt noch bräuchten, wäre einmal ein Arzt und ein Pfleger in Tagesschicht und Nachtschicht, kann ich denn nicht irgendwo das Krankenhaus einstellen, dass man nicht unbedingt eine Nachtschicht macht, warum sollen wir auch eine Nachtschicht jetzt schon schieben, Wir sind noch ein ganz frisches Krankenhaus, so, was kennen wir gar nicht, So, das sind die ganzen, ganzen Abteilungen, Mit den ganzen Statistiken, ne, hier, wie viele Notfahrzeuge wir haben, bei der Bank, Kredite, Personal, Patienten, ne, und die Abteilungen, Also, sowas wie Öffnungszeiten, kann man das hier vielleicht, ich weiß nicht, ob das hier, ne, das ist das, Spieleinstellungen, Hm, so eine Information habe ich natürlich nicht bekommen, ob es sowas überhaupt gibt, weil hier haben wir noch Tag und Nacht, da können wir die Tag-und-Nacht-Schichten einstellen, Aber scheinbar läuft unser Haus immer auch nachts, okay, na gut, Tagesschicht, also, was wir bräuchten, wäre natürlich einen Arzt, ja, Da schauen wir mal Notfallmedizin, das ist natürlich geil, weil wir in der Notaufnahme sind, Die Notfallmedizin gibt den Ärzten Zugriff auf spezialisierte Verfahren zur Diagnose und Behandlung von kritischen Patienten während eines Notfalls, Also, diese Allgemeinmedizin hat sie auch, die Qualifikation in der Allgemeinmedizin erlaubt dem Arzt, Grundlegende Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen und beeinflusst ihre Geschwindigkeit, das klingt auch gut, Weiblich-Oberarzt ist also, hat schon gute Stufen, die ist sogar schon Chefarzt, das sind dann diese Stufen hier oben, Das zeigt halt, und hier, die ist schon mal so Spezialist, ist die schon geworden, Umso mehr die haben, umso mehr Fähigkeiten haben die auch, ne, die hat zum Beispiel drei Fähigkeiten, Diagnose ist auch noch dabei, die hat jetzt schon vier und die hat natürlich dann auch schon vier fortgeschrittene Diagnose, Krass, die ist bestimmt übelst gut, aber die kostet aber auch übelst viel, 69 Jahre, ich weiß gar nicht, ob die hier altern können, Was es auch noch gibt, sind so versteckte Eigenschaften, das könnten schlechte oder gute sein, ne, Also, die hier zum Beispiel ist schnell, wirkt sich schnell, hat eine extra Begabung für Diagnosen, Das ist natürlich geil, also das wäre, glaube ich, eine gute Mischung irgendwie aus Preis und was sie kann, Die hat aber noch zwei Eigenschaften und das sind, glaube ich, schlechte Eigenschaften, ich weiß es nicht, Spezialistin wäre natürlich auch nicht schlecht, aber, ne, die ist auch schnell Und hat auch Diagnostische und die hat gar keine, ach komm, wir nehmen einfach die teure So, Krankenhaus akzeptiert nun Patienten, das Krankenhaus hat nun genügend Personal für die ersten Patienten, Die ersten Krankenkassen wurden automatisch unter Vertrag genommen, ah, die werden automatisch genommen, die Krankenkassen, okay, So, dann haben wir hier, wie viele Patienten anscheinend warten, So, fehlende Ausstattung, fehlendes Personal, was für eine Ausstattung fehlt denn hier? PC, fehlt schon wieder PC, ich glaube, da können wir nicht die Stühle hier nehmen, Ich glaube, da muss ein Bürostuhl dran, sonst, ha, okay, sonst akzeptiert er das nicht, Ich habe die Bürostuhle vorhin gar nicht gefunden, ne, doch, ah, die haben wir nicht, die haben ich nicht gemacht, Weil wir ja so ein Stuhl hier drinne brauchen, ich kann ja einfach hier mal in die Ecke so einen Stuhl machen, Vielleicht, aber dann werden sich da wahrscheinlich Patienten hinsetzen oder so, Das wäre jetzt nicht so geil, aber naja, okay, dann haben wir, dann fehlt jetzt natürlich noch das Personal, So, gucken wir mal, Personal, genau hier, ähm, zwei wäre ein bisschen übertrieben, eine reicht uns, Aber wir brauchen eine mit der Eigenschaft, dass die auch Rezeption ist, da haben wir eine, Hat noch stationäre Behandlung, 1%, Pfleger sind in der Lage, sich um verschiedene Bedürfnisse stationären Patienten zu kümmern, Stationäre Patienten werden wir jetzt noch nicht haben, ich hoffe mal, nicht, dass die Krankenkassen uns jetzt irgendwelche Dinger vorbeischicken, Wo wir noch gar nichts machen können mit denen, das ist aber was fehlt, so, das ist jetzt quasi die Tagesschicht, Hä, wieso zählt das nicht, Pfleger, Ärzte, Ah, die sind vielleicht noch nicht angekommen, äh, und Nachtschicht müssen wir jetzt trotzdem auch mal auch noch einen Arzt reinmachen, Oder wir sind tatsächlich nachts gar nicht offen, Boah, wenn ich das wüsste, wo ich das finde, Ob wir tagsüber auf sind, Das ist die Verwaltung, Die Notaufnahme steht hier, hier sind Patienten, Oberarzt, Ambulanz, Kleider, Kleiderverordnung, Cool, Alter, Cool, Natürlich müssen Ärzte weiß sein, Ärztenbereitschaft, OP-Kittel, Ah, das ist natürlich krass, Abteilung schließen, Alle Patienten verlassen das Krankenhaus, oh Gott, Hm, Hm, Okay, wir machen einfach mal einmal ein, Mal ganz, oh, Mal ganz kurz einmal ein Play drücken, Oh, so, Jetzt sind die Leute vielleicht da, Jetzt kann man vielleicht gucken, Ob man jetzt Tagesschicht oder, äh, Nachtschicht noch ein, Hä? Linda zählt nicht für das hier, Benötigte Raum fehlt, benötigtes Personal fehlt, Hä, ich bin mir echt nicht sicher, Oh, Wollte ich das schon wieder drücken? Hä? Wir machen einfach mal Play und gucken einfach mal, was passiert, Vielleicht kommt ja einer, So, die Zeit läuft, ne, Die eine Rezeptionistin sitzt halt da, Ich stelle sie nachher wieder Hand um, Das ist schon mal schön, Rezeptionistin, Unser, ups, Uäh, Unsere Ärztin, Die sitzt hier, Ist auch eine Spezialistin, Hier sind nochmal die, Was sie alles hat, Erlaubte Rollen kann man auch machen, Ne, Dass sie nur Diagnostics macht, Aber nichts anderes, Ne, Die muss bei Operation nicht assistieren, Die muss jetzt auch nicht bei Anästhesie, Also die ist auch keine Anästhesistin, Anästhesistin, Ihr wisst schon, Was ich meine, Aber was zur Hölle fehlt denn hier angeblich noch? So, Behandle, Tagesschicht 7 bis 20, Klinik geöffnet, Ach hier, Klinik geöffnet von 8 bis 18 Uhr, Weil die Tagesschicht geht von 7 bis 20, Alter, Von 7 bis 20, Und wir haben, Krank, Da kommt schon einer, Oder? Ulrike, Teising, So, Und jetzt gibt es eine geile Sache, Ähm, Ich zeige euch erstmal das Spiel, Ähm, Anhand, Man kann, Entweder das Ganze vom Arzt machen lassen, Automatisch, Oder, Der Spieler übernimmt die Rolle, So, Da bin ich jetzt mal gespannt, Ich lasse sie mal ganz kurz reinlaufen, Mal gucken, Was sie jetzt macht, Okay, Die ist halt jemand, Die geht halt direkt dahin, Sieht sich jetzt erstmal eine Nummer, So, Setze ich dann dahin, Und dann wird schon der nächste Patient aufgerufen, Und normalerweise müsste sonst der Arzt oder irgendjemand rauskommen, Alter, Das ist ein bisschen schnell, Wenn ich das mit WSAD mache, Und dann geht die jetzt erstmal rein, So, Dann, Und jetzt ist es nämlich so, Die Patienten müssen erstmal, Der, Oh, Ich habe jetzt den Stuhl vergessen, Jetzt müssen die da stehen, Oh Gott, Wie peinlich ist das denn, Die müssen jetzt da stehen, Naja, Ist nicht so schlimm, Die hat elf versteckte Symptome, So, Ähm, Was jetzt erstmal gemacht wird, Die Ärztin fragt jetzt erstmal generell, Das ist jetzt die erste Untersuchung, So, Und jetzt haben wir schon mal die ersten Sachen gehört, Von Patienten, Und zwar, Die ist halt ermüdet, Subjektives Gefühl von Müdigkeit, Mit schrittweisen Ausbrüchen, Okay, Wenn das das einzige Symptom wäre, Wäre cool, Weil jetzt sieht man hier oben nämlich, Was könnte es denn sein, Es könnte chronische Nierenkrankheit sein, Oder, Was, Interstetil, Nebrititis, Oder, Cholangitis, Oder es könnte auch, Äh, Was, Zöliaki sein, Ist auch was schwedisches, Oder, Leberzirrhose, Ähm, Wäre natürlich geil, Wenn wir noch 80 Euro bekommen, Da müssen wir eine Chirurgie, Und so weiter, Chirurgie, Alles Chirurgie, Oh Gott, Äh, Wir haben doch gar keine Chirurgie Abteilung, Ne, Bin ich mal gespannt, So, Das heißt, Um das rauszufinden, Müssen wir, Diagnostizieren, So, Ermüdung, Hm, Körperliche Untersuchung machen wir erstmal, So, Und dann, Machen wir Play, Und dann, Ja, Man sieht man halt, Dauert halt eine Weile, So, Jetzt darf die sich schnackig machen, Gleich, Da, Da sagt sie schon, Hier, Mach dich mal nackig, So, Und dann geht die da hin, Oh, Ich drücke mal die falsche Geschwindigkeit, Das dauert immer eine ganze Weile, So, Jetzt haben wir die Maßnahme abgeschlossen, Sie hat neben Ermüdung auch noch Kopfschmerzen, Und Muskel- und Muskel- und Gelenkschmerzen, Jetzt könnten das schon zum Beispiel zu 9% Lupus sein, Okay, Dann schauen wir mal, Dann schauen wir mal, Es gibt so viele Sachen, Es gibt so viele Sachen, Temperatur messen, Wir machen einfach alles, Also, Ich glaube, Die an sich würde alleine das viel schneller hinbekommen, Weil, Ja, Berufung der Sprache, Anhören des Sprachflusses des Patientens, Braucht man denn sowas? Was ist das denn? Laryngoskopie, Sieht aus wie eine Sense, Endoskopische Untersuchung des Kehlkopfes, Um eine Sicht auf einen Stimmbänder und die Klotis zu erhalten, Ach, Der Muskel- und Gelenkschmerzen hat sie noch, Erleichtert die endotrachiale Intubation, Was? Mittelmäßig, Mobil, Hm? Oh Gott, Hier gibt es ja noch mehr, Ach du Scheiße, Differenzialdiagnose, Spezielle Untersuchung, Der nur von einem Arzt mit der erweiterten Diagnose, Spezialisierung durchgeführt werden kann, Verringert die Anzahl möglicher finaler Diagnosen, Oh Gott, Krass, Der C-reaktive Proteintest ist eine Diagnosemethode, Basierend auf einem schnellen Bluttest, Er misst die Konzentration von genannten Proteinen, Welches wird ja auch im Aufschluss über diverse Krankheiten ein Problem, Ach, Mach mal mit, Mach mal, Mach mal, Wieso steht da bloß vier, Können wir bloß vier machen? Kann geplant verhoffen werden, Bearbeitung, Okay, Was könnte man noch machen? Das sind Ohrenuntersuchungen, Naja, Machen wir erst mal die zwei Tests hier, Temperatur messen, Was glaube ich, Jetzt nicht so wichtig war, Und wir sollten das dann vielleicht doch den Arzt selbst überlassen, Wir scheinen da doch etwas schwach zu sein, Also, Das gibt so viele Möglichkeiten, So, Temperatur gemessen, Nichts neues rausgefunden, Beziehungsweise dauert es jetzt noch, Die wäscht jetzt erst mal alles ab, Ach, Siehst du, So was mit Abwaschen haben wir auch nicht reingebaut, Dass man sich da mal Hände waschen kann, Jetzt macht die noch einen CAP-Test, Bisschen in die Gelenke rumfummeln, Und es hat wieder nichts Neues ergeben, Kann das sein? Oh Mist, Ach, Hier desinfizieren, Das läuft ja noch, Glaub ich, Weil, Wackelt, Eine gewandene Maßnahme wurde abgeschlossen, Und wir haben nichts Neues, Geil, Ich weiß nicht, Was Lupus ist, Lupus ist eine systematische Autoimmunerkrankung, Sie ist sehr schwer zu diagnostizieren, Sie hat die Entzündung des Gehirns meist ausgedrückt durch Viren, Mumps, Die Parodie ist eine entzündliche, Wir müssen doch irgendwas rausfinden, Komm, Mach mal das hier noch, Diese Abtastung und, Untersuchung der Nasenhöhlen, Komm, Alles rein, Du schaffst es, Okay, Das war wieder sehr unerfolgreich, Alter, Das gibt es ja gar nicht, Alles was ich mache, Ist kacke, Warum kriegen wir denn gleich so was schweres hier, Erstmal so die einfachen Sachen machen, Komm, Hau alles rein, Die anderen müssen jetzt übelst warten und sterben, Oh, Verstopfte Nase, Oh, Eine verstopfte Nase, Auf einmal gibt es bloß noch zwei Sachen, Die es sein könnten, Kann ich die anderen wieder abbrechen, Was macht denn die gerade, Ohrentest, Hm, Komm, Machen wir die anderen zwei noch, Ja, Influencer ist es entweder, Oder virale Tonsil, Okay, Es ist virale, Blablabla, Da können wir das andere abbrechen, Dann brauchen wir das gar nicht mehr, Weil ganz ehrlich, Ich vertraue ihr da, Ganz gut, Prüfung der Sprache, Kann man auch abbrechen, So, Es ist virale Tonsilitation, Die virale Tonsililitis, Ich kann es nicht lesen, Es ist so klein, Es ist eine Infektion der Rachenmandeln, Und kann durch verschiedene Viren, Was Virus Erreger, Verursacht werden, So, Das können wir jetzt anklicken, So, Wir sind uns sicher, So, Dann freuen wir uns schon, Dass sie soweit weiter ist, Und jetzt müssen wir schauen, Was bringt das, Ruhe, Einfach nur Ruhe, Ja, Ich verschreibe dir, Ruhe, Kriegst nichts anderes, Nasentropfen könnte man vielleicht noch machen, Medikament zur Befragung der Nasen, Atem wegen Bestätigung von Nasenstopfen, Ja, Können wir vielleicht noch dazugeben, Weil sie eine verstopfte Nase hat, Und, Ja, Dann soll sie zur Apotheke gehen, Dann holt sie sich das ab, Alles schillig, Jetzt macht sie doch noch diese Kacke, Untersuchung, So, Einen Stuhl würde ich gerne noch mal reinbauen, Kann ich das noch machen, Jetzt währenddessen, So, So ein bequemer Stuhl, Einen Hocker, Das sind ja keine bequemen Stühle, So, Das ist ja ein Bürostuhl, Da, Schicker Stuhl Und ein Stuhl, Machen wir einen Schicken Stuhl, Schicken, Versteht ihr, Das ist ein bisschen eng jetzt hier, So, Dann, Sollte die jetzt eigentlich, Weggeschickt werden, Also erstmal wird jetzt noch hier, Gelabert, Gewartet, Blablabla, Bist du Ruhen machen und so, Müsst du ruhen, Hier hast du noch Nasentropfen, Dann drucken wir die mal schnell aus, Hier hast du ein Rezept, Und, Dann, Darf die jetzt, Nach Hause gehen, Hier drücke ich drauf, Schicke die Behandelpatienten nach Hause, So, Mit der Krankenkasse, Paar mehr, Duck, Kann ein Vertrag geschlossen werden, Um Patienten zu senden, So, Wir sollen 10 Patienten pro Tag schaffen, Und hier, Das, Die Wartesaal ist richtig, Mega voll, Und ich glaube, Die meckert drum, Weil sie so lange warten muss, Die hat Fieber und so weiter, So, Dann lassen wir die jetzt mal alleine machen, Mal gucken, Wie schnell die es alleine macht, Ja, Sind halt nicht so, So gut, Vielleicht sollte man noch Ein zweites Untersuchungszimmer machen, Einfach damit, Wir da noch mehr schaffen, Ich habe verstopfte Nase, Das ist voll scheiße, Ja, Bei ihr ist es ja voll easy, Die, Du suchst ja noch nicht mal, Die reden ja bloß mit der, Ja, Influencer, Direkt diagnostiziert, Alles super, Alles super, Alles fein, Und ich sitze da mal ewig rum, Da trinke ich jetzt erstmal noch einen Tee, Lecker, 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 Kräutertee, So, Hier kriegst du irgendwas, Hier, Ruhe, Antipietika, Antipi, Pirätika, Und dann auch Virustaktika, Oder so, Kannste fressen, Und dann geht die nach Hause, Geld haben wir auch schon bekommen, Oder, Geld kommen wir glaube ich jetzt, Wenn sie nach Hause darf, Muss ich die nach Hause schicken, Nee, Ruhe musst du auch noch machen, So, Man sieht einfach, Wie krass, Realistisch das Spiel ist, Und das geht halt einfach noch, Viel weiter, Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, Musst du nochmal schön röntgen, Und Operationen und sowas, Gibt es hier halt auch, Natürlich jetzt am Anfang, Noch nicht so richtig, So, Und das geht jetzt hier halt die ganze, Oh, guck mal, Sprung, Gelenk, Was, Verletzter Knöchel, Ach scheiße, Haben wir sowas nicht wie, Röntgen, Röntgen der unteren Glieder, Haben wir nicht sowas, Was haben wir nicht, In unserer krassen Klinik, Wärme, Sprunggelenk, Prellung, Okay, Trotzdem macht sie noch eine Untersuchung, Körperliche Untersuchung, Mhm, Ich weiß einfach nicht, Ob man hier in dem Spiel, Tatsächlich das so machen muss, Dass man sagt, Okay, Ähm, Wir müssen alles mögliche, Auf einmal aufbauen, Weil, Geldtechnisch haben wir ja gar nicht so viel, Also, Kann ja nicht sein, Dass wir uns Patienten schicken, Die wir, Betäubungssalbe bekommt, Die jetzt, Die, Sprunggelenks, Gelenksprellung, Ist eine Quetschung, Von weichem Gewebe, Ohne vorhandensein, Einer Knochenfraktur, Oder größeren, Verletzungen, Der Haut, Oder Muskeln, Draußen regnet es, Aber es sieht sehr, Kacke aus, In unserem Restaurant, Würde ich schon sagen, Jetzt mache ich trotzdem noch eine Untersuchung, Okay, So, Ähm, Dauert halt wirklich eine ganze Weile, Vielleicht mal schauen, Ob wir, Noch so einen Raum hinballern, Da kann ich euch gleich mal zeigen, Wie das aussieht, Wenn wir hier so ein, Vorgefertigtes Ding nehmen, Ärztezimmer 6, 8, Ich glaube, Das ist sogar 6, 8, Das ist, Oh nein, 6, 8, Sieht ein bisschen größer aus, Ja, Wir haben eher so einen kleinen, Oh, Der ist sogar kleiner, Als unserer jetziger, Und da ist viel mehr drin, Habe ich das Gefühl, Aber den könnte man hier vielleicht noch irgendwo mit hinstellen, Vielleicht machen wir doch gleich mal, Etwas kleiner hier, Äh, Den Gang, Dass der hier schon ein bisschen eingeengter aussieht, Und dann stellen wir vielleicht noch einen zweiten Arzt ein, Weil, Ganz ehrlich, Das dauert ganz schön lange, So, Ach krass, Die ist bestimmt komplett ausgerüstet, Das ganze Ding, Krass, 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 So, Dann müssen wir jetzt natürlich noch einen Arzt einstellen, Moment, Das ist, Dann machen wir hier, Ich weiß immer noch nicht, Was das mit der Personalschicht, Äh, Was das hier ist, Hm, Ich glaube, Um, Um eine Station zu sein, Oder so, Brauchen wir das hier wahrscheinlich, Okay, Dann, Allgemeinmedizin, Vielleicht wieder so eine gute, Wobei, Jetzt haben wir noch die Chefärztin, Vom letzten Mal, Die hat noch zwei versteckte, Die ist schnell, Und hat eine gute diagnostische, Genie, Ein Genie, Ähm, Ja, Nehmen wir die, Glaub ich, Weil die hat, Ne, Die 31 Prozent, Oberarzt, Nehmen wir die, Wollte ich ja vorhin auch schon nehmen, Und dann müssten wir jetzt, Mal vier Patienten warten, Kann ich das irgendwo, Hier, Hier muss ich klicken, Genau, So, So, Dann können wir auch zwei Patienten jetzt rannehmen, Yeah, Wir nehmen jetzt zwei Patienten ran, Oh yeah, Ich weiß gar nicht, Ob das hier überhaupt verwendet wird, Vielleicht sollte ich mal diese Nummer, Die man da zieht, Weglassen, Und dann einfach hier, Damit die Rezeptionistin überhaupt was zu tun hat, Weil die hat ja gar nichts zu tun, Hey, Moment mal, Achso, Ich dachte gerade, Die Ärztin geht jetzt hier oben rein, Aber die muss auch mal, Pipi machen, Äh, Geil, Schön, Schön sensiert, Genau, Ein Waschbecken wollte ich ja noch einbauen, Die hat ein eigenes Waschbecken, Aber die hat keins, Aber das ist, Mal, Das Ding ist kleiner, Aber da hat viel mehr Platz da drin, Na gut, Wir haben noch irgendwelche, Dummen, Regale hier, Mal gucken, Ob wir da vielleicht noch was reinbauen können, Was ich bräuchte, Wäre etwas, Wo ich dann, Ich glaube, Das ist eher sowas hier, Wo ich dann, Schublade, Schrank mit Türen, Kommt man dann noch an das, Kommt man nicht mal in den Papierkorb rein, Oder das ist, Dürfte kein Problem sein, Den kommen wir auch hier einstellen, Und dann kann man da oben, Nämlich so eine, So ein Waschbecken reinmachen, Ein Spülbecken, Gut, Wir hätten auch gleich ein Waschbecken drauf machen können, Naja, So, Dann kann ich sie auch mal ein bisschen die Hände waschen, Sehr gut, So, Die labern jetzt noch, Was hat der, Ach du heilige, Diarrhoe, Laktoseintoleranz, Das haben wir festgestellt, Übelkeit, Erbrechen, Was, Faltolenz, Faltolenz heißt das, Okay, Und abdominale Krämpfe, So, Was bekommt er, Nahrungsmittelumstellung, Und ne Magermittel, Breiten Spektrum, Medikamente zur Stärkung oder Simulation des Magens, Hinweis oder Verschreibung, Die täglichen Nahrungsaufnahmen, Guck mal, Der hat gar nicht viel gemacht, Ne, Der ist einfach zur Rezeption gegangen, Wurde befragt, Und schon, Bäm, Gleich sofort gewusst, Was abgeht, Wenn ich das machen würde, Wurde es ewig dauern, So, Jetzt ist die jetzt auch mal wieder einsatzbereit, Mal gucken, Mal bis wann ist die Klinik offen, Bis 20, Bis 18 Uhr, So, Mal gucken, Wie viele Patienten wir da noch schaffen, Schaffen wir 10 pro Tag, Also wenn ich jetzt nicht gerade derjenige bin, Der die ganz, Der die diagnostiziert, Dann wird man die schaffen, Interessant, Diesmal schaffen sie es nicht durch ein Gespräch, Bei dir scheinbar schon wieder, Handbrellung, Und der hat, Kontakt, Dermitis, Ja, Das sind so, Ist ein lokaler begrenzter Ausschlag, Oder auch Reizung der Haut, Ausgelöst durch Kontakt mit einem Allergen, Oder Reizstoff, Alter, Der hat aber auch ordentlich was gemacht hier, Ah ne, Das sind die, Ah, Die Symptome, Das ist ja richtig viel, Befragung, Körperliche Untersuchung, Abtastung des Halses, Überprüfung der Sprache, Neu, Neurologische Tests, Krass, Wie viel er gemacht hat, Und dann bekommt er hier, Anti-Histaminika, Na, Wegen Allergie, Und Betäubungssalbe, Damit das nicht so, Umjuckt, Oder kratzt, Oder was auch immer, Vielleicht brennt es ja auch, Aber schön, Dann schaffen wir vielleicht noch, Die 10 Patienten, Sind nur noch 2 da, Nur noch einer, Und bis 18 Uhr ist noch ein bisschen Platz, Bisschen Zeit, Das hätte vielleicht eine Ärztin auch noch geschafft, Wenn ich nicht da jetzt dazwischen gefunkt hätte, Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, Und das geht halt später noch ein bisschen weiter, Gerade auch, Was, Ähm, OPs und so angeht, Ach, Da kommt hier noch jemand an, Die geht bloß aufs Klo, Die Rezeptionistin, Die spielt hier wahrscheinlich ganz nett, Moorhuhn, Ja, Moorhuhn, Das spielen die alle im Büro, Moorhuhn, Mal stellen, Tee trinken, Oh, Da kommt hier noch ein Patient, Ah, Lecker Tee, So, Wir haben schon 8, Achso, Hier, 8 behandelte, Unbehandelte Patienten, 8 Stück, Behandelte, Warte mal, Behandelt ist das hier, Das ist unbehandelt, Was ist das da hinten, Ach, Das ist das Ziel, Oh, Das heißt, Die 2 werden jetzt wahrscheinlich noch behandelt, Und dann müssten wir unsere 10 haben, Die uns die AOK, Oder irgendeine andere, Versicherung vorbeigebracht hat, So ein Pausenraum oder so, Wäre auch geil, Für unsere Doktoren und so, Auftrag abgeschlossen, Ein Auftrag für eine Krankenkasse, Wurde abgeschlossen, Behandelt 10 Patienten pro Tag, Belohnung ein staatlicher Zuschuss, Oh, Geil, 20.000 Money, Was, Behandelt 20% am Tag, Wieso denn das, Kann das sein, Dass der automatisch hier, Ähm, Die einfach an dem Tier, Wieso denn, 20, Ach, Ah, Bonusaufgabe 2 von 15, Okay, Die schicken, Aber hier, Die schicken 10 Patienten, Oder, Anzahl kranker Patienten am Tag, Die Anzahl wird reduziert, Wenn weniger als 70% der Patienten behandelt wurden, Das heißt also, 10 Patienten bringen die ja trotzdem bloß pro Tag, Aber, Wieso kommen, Wieso, Wie soll man dann 20 behandeln, Wenn die bloß 10 schicken, Hm, Ja, Mal sehen, Man könnte jetzt theoretisch auch den hier noch dazunehmen, Da hätten wir nochmal 10 dazu, Könnte knapp werden, Wobei wir natürlich auch zwei Ärzte mittlerweile haben, Und eventuell können wir noch ein bisschen aufstocken, Ich glaube, Das nehmen wir noch an, So, Baue und stelle Personal für ein Labor ein, Ach shit, Das müssen wir das, Das ist ja die Zusatzaufgabe, Um dann Geld zu bekommen, Wenn ich die nicht mache, Ist ja glaube ich nicht schlimm, Ich muss glaube ich nur das hier schaffen, Aber wir kriegen nochmal hier, Weil wir ja 20 Patienten jetzt haben, Hoho, Das wird cool, Leute, Das wird richtig cool, Aber ich gucke gerade auf die Uhren, Und sehe, Die Folge ist ja schon wieder vorbei, Ach gut, Dann würde ich sagen, Ich war NeTenshi, Hier von den Noobs Kanal, Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Also bis dann, Tschüssi, Und wir sehen uns dann bei 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 uns dann